Ich bin ganz begeistert über den großzügigen Rahmen, den ich heute vorfinde und ich hoffe, wir haben alle ein schönes Fest. Festes Miteinander, das ist auch das, warum ich hier heute hergekommen bin und sehr, sehr gerne hergekommen bin, weil ich natürlich Dank sagen möchte auch ihrem Sohn, Herrn Junior Jäger. Jäger in Bernburg ist gut aufgestellt, um allem, was in der Zukunft kommt, zu begegnen. Ich bin erst seit Mai dabei, aber gleich mit so einer Firmenfeier anzufangen, das macht schon Spaß. Die Idee hier mit dem Parcours beziehungsweise mit dem Domino-Effekt ist eine interessante Sache. Feier ist genial, die Stimmung ist bombastisch, wenn er guckt, überall, alle arbeiten zusammen, wie immer bei Jäger. Herzlichen Glückwunsch zur größten Kettenreaktion Ostdeutschlands. Auf eine erfolgreiche Zukunft. Weitere 25 Jahre.